Hey Dudes, was geht ab? Herzlich Willkommen zu dem nächsten Spiel. Wir spielen gegen Arsenal und das im FA Cup. Ich glaube, das habe ich euch gar nicht zuletzt gezeigt, dass wir gegen die spielen werden. Oder gegen die spielen jetzt halt, ne? Und ja, das ist natürlich ganz wichtig hier für uns. Wir spielen scheinbar zu Hause und Arsenal muss jetzt gegen uns verlieren. Und ich hoffe, dass Lewandowski und Suarez saubere Arbeit leisten werden. Hamstick, heute hier Spielmacher Suarez, weil er auf dem Platz ist, auch unser Kapitän. Henderson, Henderson trifft gleich am Anfang zum 1 zu 0 in der dritten Minute. Wunderbar. Das ist unglaublich. Suarez sehr schön abgegeben und Henderson mit dem rechten Fuß links oben rein. Sah ein bisschen merkwürdig aus, aber drin ist drin. Und da freuen wir uns natürlich. Yeah. Und Henderson auch gleich wieder am Ball. Hamstick. Sehr schön. Wird da zu Fall gebracht. Gibt da eine Karte. Gelb. Für Flamini. Mathieu. Und wir haben da ne, naja, ne nette Position. Vielleicht spielt sie hier irgendwo ab. Oder er spielt die so rein. Und da kommt dann Fallrückzieher. Er spielt ihn rein. Hm? Er spielt ihn zum Mond. Gut. Okay. Ähm. Wenn der reingegangen wäre, das wäre wirklich mehr als lustig. Henderson wieder am Ball. Suarez. Hamstick. Oh ja. Lewandowski. Was? Da kam der Torwart mega weit raus. Weite Flanke nach vorne. Henderson kann dann nicht mehr rankommen. Okay. Aber wir kommen daran. Leiva. Sehr, sehr schön. Super abgegrätscht da die Pille. Hamstick. Hm. Probiert es da aus der Drehung. Und darum ist der Ball da weg. Worldcut. Jetzt hier auf außen. Auf Özil. Mit der Flanke in die Mitte. Auf Giroud. Und der gleicht dann aus. Zum 1 zu 1. Ich werde bekloppt. Der stand da sowas von frei. Ach. Guck dir das an. Flamp. Ball in die Mitte. Sehr schön eingenetzt. Mit dem Köpfchen. Äh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Aber auf jeden Fall sehr stark gespielt. Machen wir weiter. Suarez wird dort zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter sagt alles. Tutti. Hamstick. Äh. Darf den Ball weiterhin spielen. Weil Leiva da wohl nicht ran wollte. Oder wer auch immer da gerade war. Das habe ich nicht so genau gesehen. Suarez schnell weiter. Auf Lewandowski. Der spielt da durch. Lewandowski. Oh. Komm schon. Hol dir das Ding. Mach die Pille doch da rein. Henderson. Mikkel Ateta. Auf Özil. Sehr schön. Walker kriegt jetzt den Ball. Weit nach vorne gespielt. Lewandowski. Auf Suarez. Handspiel da irgendwie. Aus ca. 20 Metern kriegen wir jetzt einen Freistoß. Weil er da angeschossen wurde. Hat man nicht mal richtig erkennen können. Perfekte Freistoßposition. Hamstick. Uh. Der kann das. Der kann das. Ganz gut. Der Torwart hat nur sehr gut reagiert. Jetzt gibt es hier die Ecke für uns. Mal gucken, ob sie irgendwie verwertbar ist. Oh. Alexandro. Der hätte ja gerade noch eben schießen wollen. Wird dort aber gehindert. Lewa. Schöner Ball auf Daniel Edgar, der da super weit im Sturm steht. Weil er halt, ähm, ja, bei den Standards nach vorne soll. Gut gemacht. Sehr schön. Okay, Freunde. Äh. Das war echt sehr, sehr stark. Auch wenn das ein bisschen übel ist, mit den ganzen Standards nach vorne zu gehen. Oder mit den ganzen Innenverteidigern bei den Standards nach vorne. Aber ja. Trotzdem steht es hier immer noch 1 zu 1. Oh Mann, oh Mann. Sarko. Wunderbar. Holt sich da die Pille. Spielt schnell weit auf Henderson. Der auf Hamstick und der auf Lewandowski. Lewandowski auf Suarez. Suarez. Drinnen ist das Ding. Er trifft zum 2 zu 1. Oh. Wie gut. Vorlage Robert Lewandowski. Jetzt endlich spielen sie auch im Team zusammen. Das war es wie im letzten 3D-Match. Ja, vermisst haben, ne? Was ganz stark von unserem Team vernachlässigt wurde. Das sehen wir jetzt hier. Schönes Zusammenspiel. Ballabgaben. Ja. Kommt da an. Suarez. Schade. Kriegt den Ball da nicht durch. Trotzdem Spitze. Flamini. Gegen Lewa. Flamini setzt sich durch. Spielt auf Theo Walcott. Edgar geht da ran. Hat den Ball. Bringt ihn unter Kontrolle. Wird aber von Walcott gestört. Der kann hier schnell wieder weiterspielen. Walcott. Wieder Walcott. Anderson. Ne. Alexandru. Geht da schön dazwischen. Jetzt Vinaldom. Und da steht wohl Dingens im Abseits bei der Ballabgabe. Ja. Ich glaube Lewandowski war da im Abseits. Okay, Freunde. Holt euch die Pille. Männer suchen. Schön. Hamstick. Verliert den Ball. Gegen Flamini. Lewa. Holt ihn zurück. Flamini kriegt ihn dann aber wieder. Özil. Über die Außen. Geht ins Aus. Das heißt, hier gibt es Einwurf und da liegt irgendwie ein dreckiges, was auch immer, Trikot auf dem Boden. Sah komisch aus. Ist aber so. Erster Halbzeit bald vorbei. Henderson jetzt hier über die Außen. Auf Lewa. Schön weiter Ball auf Suárez. Nein. Oh, das war ja echt mega knapp. Henderson. Ja. Schön Henderson. Suárez mit einem Fernschuss. Naja, so in der Nähe eines Fernschusses. Aber der Torwart hält ihn da sehr gut. Suárez. Sehr schön. Hamstick. Suárez. Schnell weiter gespielt auf Lewandowski. 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 Rein zum 3 zu 1. 43. Minute. Ja, es ist echt super merkwürdig. Mal läuft es, mal läuft es nicht. Haben wir das letzte Spiel zu Hause gespielt? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall zu Hause. Und das läuft gut. 3 zu 1. Hier zur Halbzeit. Pause vielleicht. Müsste bald mal abgefiffen werden. Kyle Walker gegen Özil. Sehr schön. Walker setzt sich durch. Henderson mit dem Pass. Aber der kommt nicht direkt an. 3 zu 1. Hier zur Halbzeit. Wenn wir uns die Statistiken ansehen. 7 zu 1 Schüssen. 4 zu 1 aufs Tor. 65 Prozent Ballbesitz bei uns. 56 zu 49 Prozent. Oder Pässe. Ne. Erfolgreiche Pässe. Da waren 64 bei uns. Erfolgreiche beim Gegner. 65. Eine Ecke. 3 Fouls bei Arsenal. Ja, also alles sehr, sehr stark. Hier könnt ihr noch die anderen Ergebnisse euch angucken zur Halbzeit. Sehr, 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 sehr gut. Die Noten. Hamstick. Schade, dass er nur eine 4-0 hat. Das haben wir uns so vorgestellt. Hamstick. Noch ein bisschen Motivation. Hier die beiden dürfen auf jeden Fall gelobt werden. Und du auch. Hier nochmal eine Motivation in die Verteidigung. Der Rest wird ein bisschen massiert. Da geht es weiter in die zweite Halbzeit. Genau so können wir weiterspielen. Giroud hat zwar in der 12. Minute getroffen. Ah, das war nur ein Ausrutscher. Seitdem haben wir auch wieder sehr gut weitergespielt. Vinaldum. Wird gefoult. Das müsste da aber auch eine Karte geben. Hat man jetzt keine gesehen. Macht Hamstick den Schuss direkt aufs Tor. Ja, er macht ihn direkt in die Mauer. Lewa gegen Giroud. Sacco mit einem Foul. Bodycheck. Als einzige Alternative. Der Schiedsrichter ist hier heute etwas gnädig. Gibt keine Karte. Flamini ab nach außen auf Özil. Der scheinbar auf den Flügeln spielt. Flanke in die Mitte. Sehr schön. Mignolet hält den Ball dort. Oder kickt ihn weg. Sehr schön. Robert Lewandowski kommt da nicht mal ran. Das heißt, es gibt einen Wurf hier für Arsenal. Sehr schön. Also, wir spielen hier ein ordentliches Spiel. 3 zu 1 hier nach 52 Minuten. Also, da kann man sich nicht beschweren. Wellcott hätte sich fast durchgesetzt. Gegen Alexandro. Vinaldum. Schön. Schade. Der Ball kommt nicht an. Hier, ihr seht, mit der Maus. Die stört ihr überhaupt nicht. Jetzt nehme ich sie mal weg. Egger. Sehr schön. Lever am Ball. Lewandowski auf Hamstick. Sehr schön. Suarez. 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 Suarez verliert den Ball. Henderson. Auf Lewandowski. Uff. Ich dachte, das Ding geht jetzt rein zum 4 zu 1. Nein. Geht es nicht. Geht daneben. Darum. Abstoß für Arsenal. Also, wenn hier irgendwer noch sagt, wir wären nicht gut, dann weiß ich das auch nicht. Sehr schön, wie wir uns hier im Pokal zeigen. Sehr stark. Und ein sauberes Foul. Und ein sauberes Foul, was kein Foul war. Von Hamstick. Oder Hamstick. Hamstick. Ja. Sehr, sehr gut. Henderson. Wunderbar. Schönes Ding. Suarez kommt da nicht ran. Setzen sie sich aber gut da durch. Also im Prinzip gar nicht mal verkehrt. Wellcourt. Wieder ein Ball. Schnell auf Wölscher. Sehr viele Ballkontakte zwischen den beiden. Da gibt es jetzt wieder ein Foul. Und es gibt keine Karte. Wir gucken mal direkt rein. Henderson. Ist ein bisschen unfrisch. Hamstick. Ja. Zack. Weiter Ball. Passt mal auf. Ich möchte mal heute. Coutinho reinlassen. Wie sieht es denn da aus? Ja, der ist halt ein bisschen unzufrieden. Ich möchte ihm ein bisschen Spielzeit geben. Und. Sturridge. Auf den RM soll er spielen. Und sobald wieder ausgewechselt wird. Oder sobald der Ball im Aus ist, wird gewechselt. Ah. Weg mit der Pille. Dann wird auch da gleich gewechselt. Damit die nicht ganz so einrosten auf der Bank. Und der Bräune macht gerade das 3 zu 0 für Chelsea. Aha. So, wir fielen auf unsere Seite. Ganz viel gewechselt. Zwei Auswechslungen. Ah. Da verliert er die Pille. Trotzdem. Lever ist da dran. Coutinho. Sehr schön. Lever. Der ist ja überall an der Mittelfeld. Giroud setzt da ordentlich nach. Und es gibt Freistoß. Und auch die Karte. Nein. Gibt es keine Karte? Oder doch? Zumindest hat er sich verletzt. Und es gibt die gelbe Karte. Gegen Daniel Egger. Okay. Freistoßposition ist perfekt. Für ein 3 zu 2. Oh. Oh nein. 11 Meter. Ja. Perfekt. Nach dem Freistoß war es natürlich nötig, dass wir da hinten reingrätschen. Das hätte einfach besser geklärt werden müssen. 3 zu 2. 74 Minuten gespielt. Zum Glück kein, äh, ja, kein, keine rote Karte oder so. Lewandowski, komm, zieh da durch. Zieh doch da durch. Coutinho. Oh, De Chilio. Ja, den wollten wir haben eigentlich. Ah, den haben sie dann gekriegt. Giroud. Sarko setzt sich da gut, sehr gut durch. Egger. Coutinho. Sehr gut. Spielt da über die Außen. Sehr flott. Sehr, sehr gut. Kommt die Flanke rein. Ah, schade. Vielleicht auf den Vordermann oder auf den vorderen Spieler gespielt, wäre vielleicht sogar noch was drin gewesen. Lewandowski auf Coutinho. Schön. Ah, Flamini dazwischen. Schön. Alexandro. Passt da auf. Suarez. Aber leider war Lewandowski im Abseits. Lewandowski, komm. Jetzt ran. Randa. Randa, lass mich ran da. Lewa, sehr gut. Starridge. Schön, aber der passt. Der war einfach viel zu weit und viel zu brechenbar. Verdammt. Abseits. Uiuiuiui. Ja, okay. Wusch. Da kamen die Turbo-Grätsche. Aber es war eindeutig Abseits. Okay. Spiel den bitte ganz weit. Bitte, bitte, bitte. Ganz weit und lauf jetzt bitte schnell ins Tor. Oh. Geh doch da ran. Wunderbar. Suarez. Sehr schön. Lewandowski. Foul. Okay. Wo geht der Ball jetzt hin? Anspielstation irgendwo gesichtet. Ich sehe da halt einen im Abseits. Alexandro. In die Mitte gespielt. Flamini hat aber aufgepasst. Drei Minuten hier. Also, ich glaube, Arsenal macht jetzt hier nochmal richtig Druck. Aber das ist unser Ball. Unser Ball. Super. Sehr schön. Und jetzt hier bitte den Ball ordentlich kontrollieren. Ah, zu ungenau die Pässe da. Geht er bitte ran. Nein. Gut. Sehr schön verteidigt. Letzten drei Spielminuten, die hier noch nachgespielt werden. Wofür? Weiß man nicht. Ist halt aber so. Muss ja irgendwas nach. Oh. Die Doppelschere. Gelbe Karte. Gelbe Karte. Ei, ei, ei. Gegen Lewandowski. Ist gefährlich. Also, wenn da unser Spieler kaputt geht, da... Das geht ganz schnell mal, ne? Ah. Komm, pfeif ab. Noch ein Foul. Pfeif doch endlich ab. Sie faulen sich Yard und Yard in die Endzone. Schön. Jetzt schick ihn. Oh, super. Oben. Suarez. Suarez. Was machst du? Na gut, das Spiel ist vorbei. Drei zu zwei gewinnen wir hier. Schön am Abend bei lila Himmel. Ist das nicht schön? Drei zu zwei. Ja, ein ordentliches Spiel, was wir hier gesehen haben. Und, ähm... Tottenham Brighton. Sechs zu sieben. Sind die etwa raus? Oder hat das hier noch ein Rückspiel? Ich hab ja keine Ahnung. Ich vergesse das immer alles sofort. Was wir in der letzten Woche gemacht haben. Also, sehr gut, wie wir hier gespielt haben. Drei Tore. Ähm... Zwei Vorlagen von Suarez. Eine von Robert Lewandowski. Alles sehr, sehr stark. Henderson, der beste Mann auf dem Platz. Okay. Das heißt, die vierte Runde ist noch nicht so weit. Das heißt, es gibt wohl ein Rückspiel, oder? Nee. Ah, okay. Also, es wird... Es sieht aus, als wäre Tottenham raus. Wir wollten hier kein Gegentor kassieren. Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt. Ach so. Chef wird man hier nicht durch Erzählen oder sonst was. Allein die Leistung auf dem Platz ist entscheidend. Mhm. Jupp. Alles gut. Das Duell. Henderson gegen Wolcott. Da hat Henderson wohl gewonnen. Schön. Jetzt wird auch ausgelost. Auslosung Capital One Cup. Mal sehen, wie wir da kriegen. Also... Tottenham ist schon mal weg. Machen wir es so schnell. Aston Villa ist unser Gegner. Man U gegen Manchester City. Ach du meine Güte. Was ein Derby. Ansonsten, ja... Sieht eigentlich relativ easy aus, was da so... Glenn Johnson, ganze Zeit auf der Bank. Äh, ich wollte ihn schon. Okay. Gut. Äh, was haben wir hier? Spielverlegung. Southampton muss verschoben werden. Neuer Termin. 7.10. Band doch nur angerissen. Okay. Zusätzliches Budget von 1,43 Billionen. Mhm. Gott. Pokalprämie. Für drei Tage ist er verletzt. Siegeprämie. Und... Ja. Kurz auf den Kalender geschaut. Das nächste Spiel. Oh, das ist erst im... Oktober. Gegen Porto in der Champions League. Die Gruppenphase. Und danach... Da... Kann ich das Spiel... Hier einen Tag nach hinten verschieben. Haben wir hier zwei dazwischen. Da zwei. Das ist besser. Weiter nach hinten geht nicht. Okay. Finde ich natürlich auch schade, wenn das irgendwie ginge. Oder eigentlich wäre es gut, aber es geht natürlich nur nicht. So, da unsere Gruppe in der Champions League mit Hannover 96. Ist auch nicht schlecht. Gut, dann war es das erstmal hier für diese Folge. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ähm... Das heißt, hier ist Champions League Gruppenphase. Da werde ich wohl ein bisschen wieder simulieren oder so. Und ja. Ich sage erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Das war es auch erst mal mit dem Fußballmanager 13 und FC Liverpool. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com slash zockerduz. Ja, das soll es doch erst mal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.